Von 100 auf 0. Das muss so sein. Wir bleiben zu Hause. Das wird sich auch wieder ändern. Die Bochelter Innenstadt lebt von Cafés, von den Kneipen, von den vielen Geschäften, von dem Wochenmarkt und den vielen Leuten. Damit man hier und hier und hier auch nach der Krise noch mit Atmosphäre, Beratung und Angeboten shoppen kann, sollten wir nicht alle bei Amazon und Co. bestellen. Während des Shutdowns bei den lokalen Händlern online bestellen. Zum Beispiel bei dem Made in Bochelter Online Shop oder bei den diversen anderen Online Shops der lokalen Händler. Nur wenn ihr jetzt auch online den heimischen Geschäften treu bleibt, wenn ihr also auch bei geschlossenen Shops online Heimat shoppen geht, könnt ihr hier bin jetzt wieder ordentlich shoppen gehen, Cafés, Restaurants und Kneipen besuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017